Hallo und herzlich willkommen zurück zu Alan Wake 2, ich bin Mr. Katafir, let's play das Detektivkaninchen, denn zwar haben wir Sherlock Holmes abgeschlossen, aber der nächste Detektivpolizei-Ermittlungstitel steht gerade hier vor uns, wir müssen hier wirklich Informationen kombinieren und Schlüsse ziehen. Das Gute ist, momentan zieht das Spiel für uns Schlüsse, in Sherlock Holmes mussten wir die ziehen, was nicht ganz so ersichtlich manchmal war, aber vielleicht kommt es hier auch noch, Fragezeichen, nämlich wenn wir uns, oh, was ist das? Nicht, nicht die schlimmste Mom, nicht die schlimmste Mom, Gott ist das schlecht übersetzt, wirklich, das ist momentan mein einziger? Kritikpunkt, den ich hier habe, die Okay, die erschreckend schlechte deutsche Übersetzung in den Untertiteln Ja, ich möchte die Tür öffnen, ich drücke F, die Tür geht noch nicht auf, was haben wir hier? If only the rest of the Bureau knew what a softie Casey is Miss you, kiddo I'll be home soon No Saga, ich finde es wichtig, dass Logan sieht, dass du deine Arbeit liebst und wirklich gut darin bist, dadurch wird sie einiges lernen Es wird Zeiten wie diese geben, in denen du deine Entscheidung, deine Kompetenz und sogar deine eigene Vernunft in Frage stellst Ich denke in diesen Süßungszeiten daran, dir selbst zu vertrauen und dich selbst so zu lieben, wie es deine Familie tut Du wirst nicht perfekt sein, aber ich weiß, dass du das unglaublich leisten kannst, hab dich lieb, Mama Na gut, dann würde ich sagen, wir profilen mal Dank ihrer Intuition kann Saga neue Hinweise durch das Profiling interessanter Personen Ja, das Opfer ist relativ interessant Greetings from Cauldron Lake Also, wer ist die vermisste Person? Gut zu wissen Kann ich das nicht aber auch selbst untersuchen? Naja Also, wir wissen, dass Opfer kamen aus dem See Ich spüre, dass Nightingale vom See kam, aber warum jetzt, nach 13 Jahren, wo war er all die Zeit? Finde Beweise Habe ich nicht noch was gefunden? Offensichtlich nicht Gut, dann müssen wir wohl mal zum See Tun Sie das Ich gehe mal nach hier Die Tür war fest verschlossen Wo geht's hier hin? Da ist auch nochmal ein Weg Lake House Auch wieder hier Federal Bureau of Control Security Parameter Auch hier schon wieder Ist das Wo geht's hier hin? Wo, 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 wo stehen wir und wo geht's da hin? Das ist die Frage Wohin würde es da hingehen? Ach, da geht es direkt zum Federal Bureau of Control Station Okay Wer mit denen in Kontakt noch kommen? Ich glaube ja nicht Was ist das hier? Kann ich hier nicht? Hier sind doch bestimmt noch Hinweise Hier sind doch bestimmt noch Hinweise Confused? Follow these steps Verwirrt, entfolge diesen Schritten Hände waschen Hühnchen aus dem Kühlschrank nehmen Ein Nickerchen machen Hände waschen? Hände waschen Ein Nickerchen machen Nimm die Axt Ach du Schande Hände waschen? Hände aus dem Kühlschrank nehmen Also das sieht hier sehr nach It's not the same Das sieht hier sehr nach Ein Drogenlabor aus Bin ich ganz ehrlich Hier sind überall diese Symbole Mit den zwei Dreiecken Die sind überall Die sind unterschiedlich Hände waschen Ein Nickerchen machen Lasst euch das eine Warnung sein Eindringlinge Angeblich handelt es sich bei dem See Um eine Caldera Eine Senkgrube Die ein Vulkan Nach dem Ausbruch hinterlässt Aber was wenn das nicht stimmt? Was wenn es etwas anderes ist? Etwas nicht natürliches Sondern etwas nach Menschen gemachtes Geplant? Ich glaube dass der See Nicht entstanden ist Sondern dass er geplant wurde Und er hat einen Zweck Der See ist ein Versteck Und seine stillen Oberfläche Verbürgt sich eine geheime Maschinerie Die mit einem Knopf Trockettiviert werden kann Und die Leute mit dem Knopf Sie sitzen in dem großen Haus am See Und bereiten sich vor Ich weiß es Erste Zeichnung Wasserleitung Echte Caldera aus dem Achso hier Wasserleitung Echte Caldera Die aus dem Vulkan Stand Lava Zweite Zeichnung Wasserleitung Konstruierte Struktur Seltsame Maschinerie Offensichtlich Offensichtlich Ein sehr gesunderer Menschenverstand hier Also Die Form der Dreiecke Wird entscheidend sein Die Anordnung Äh Interesting Muss das so? Was für ein Traum ist das Und warum habe ich den gestreichelt? Ah ok Also Das erste ist Waschbecken Waschbecken Kühlschrank Bett Kühlschrank ist In sich selbst verschlossen Waschbecken ist Schräg in sich verschlossen Und Auseinander Also Hoch Schräg Auseinander Also horizontal Hoch Diagonal Auseinander Hä Hä Ah Geheimverstecker Wir finden Was steht da Nehmt euch Nichts Wenn ihr nicht Zu den Bäumen Gehört Ich gehöre zu den Bäumen Hier haben wir Munition Und Ein Madpack Offensichtlich Versteck in der Nähe Des Coldone Lakes Ok was haben wir hier? Ein Traumakissen Haftbandagen Stellt eine beträchtige Menge Gesundheit wieder her Ich weiß Warum auch immer Bin ich ja eh verletzt Oh Hey Casey Good to see Still in one piece Anderson Forest can be a dangerous place Dangerous place Ja Und dann Gehe ich Ich gehe nochmal In den Wald Allein Uh Ein Zelt Ein Zeltplatz Ufo Du und dein Ufo Der ultimative Leitfahn Zum Entdecken Unidentifizierte Fliegende Objekte Ich schreibe das hier Falls es erneut passiert Und ich es vergesse Ich hatte wieder Dieses Gefühl Ich überkam mich Ganz plötzlich um 1 Uhr 15 Nachdem ich meine Arma getrunken hatte Ich stieg ins Auto Und fuhr los Um ihn hinterher zu jagen Es war eine Sternklare Nacht Doch der Mond War nur ganz winzig Wie erwartet Führte er mich An Bradford Zwei Zum Colton Lake Ich versuchte die richtige Stelle Das richtige Gefühl Den richtigen Gedanken Die richtige Kombination Zu finden Um alles zusammenzufügen Ich hatte Angst Dass es passieren würde Aber es passierte nicht Nicht dieses Mal Ich war frustriert Aber erleichtert Ich suchte den Himmel Nach den Formen Den Objekten ab Aber es passierte nichts Doch als ich wiederholt Blinzerte Glaubte ich Das Nachbild Eines Oktaeders Zu sehen Es verblasste schnell Als ich mich bereit machte Zurück zu fahren Spürte ich Dass mich jemand beobachtete Er war hier Er war gleichzeitig fern Er ist es Ich weiß Dass er es ist Weiß er Dass ich mich nähere Bin ich auf dem richtigen Weg Es war richtig Nach Bright Falls zu kommen Von redest du Wie gefällt dir Das gestrickte Held Ich habe es extra Für dich anfertigen lassen Ok Sehr sehr skurril Wo sind wir Nur aus Neugier Oh Das ist noch ein Was war das Ich habe ihn nicht verstanden Weder im Deutsch noch im Englischen Ich habe ihn nicht verstanden Dafür bin ich zu doof Sie kann ihre Arme benutzen Ich bin Boah Sie ist meine Heldin Welcome back Anderson Alter Die Stimme Die Betonung Welcome back Mr. Anderson Mr. Anderson Mrs. Anderson Hier unten waren wir ja schon Wir haben ja auch schon Da hinten an dem Baum Ja Ja Nee der Baum ist wirklich gruselig Ja Dieser Baum ist wirklich gruselig Und da sind Fußspuren Aber schwarz Aber schwarz Das wabert ein bisschen Nimm es doch mit Nimm es doch mit Das Papier Das Papier Es ist für uns. Der Text ist über uns. Die Verkunft war einer ihrer eigenen. FBI Special Agent Robert Nightingale. Und dann gab es die Seite, die sie gefunden haben. Die erste Schritt nach unten in die Gefahr der Gefahr. Reading the words. Diese Worten fühlten sich wie ein Zeichen. Someone wusste, dass sie hier waren. Someone spielt ein Spiel mit ihnen. An invitation. How could they not accept, even if they knew it would end up hurting them? Someone's been watching us. Playing sick game with us. You were right. This is right up my alley. Nightingale came this way. Either he dropped this page, or the Killers left it for us. Manuskripte liest du in sehr... I should profile Nightingale about this page. Oh. Also hier ist Neues beim Profiling. Die Seite. This is a page in the woods. A story about these events. What is Nightingales role in this? I carry his words close to my chest now. Inside. The awful truth. You must take it out. Something was put inside him. In his chest. I must find out what. Cool. Ah, geil. Das Opfer war einer von ihnen. Das war doch die Seite. Die erste Seite, die sie gefunden hatten. Nicht die letzte. Den ersten Schritt hinab in den schrecklichen Tiefen. Geheime Wahrheiten, die hinter der Schwelle zitterten. Das Lesen der Worte. Dieser Worte fühlt sich an wie eine Botschaft. War eine Botschaft. Sehr cool. Ach, das freut mich. Das freut mich, dass sie diesen Teil auch wieder gemacht haben. Immerhin schreibt Alan diese Geschichte. Und das ist halt die Sache. Er hat, hat er sie in die Geschichte geschrieben. Hat er die beiden erschaffen. Ah. So, was haben wir hier? Fußspuren, die unter dem Felsen hervorkommen. Das hat etwas mit dem Opfer, wo er herkam, zu tun. Und wir haben die Spur verloren hinter dem Stein. Ich sagte, wir haben die Spur verloren hinter dem Stein. Stelle ich die falschen Fragen? Gute Frage. Ist hier sonst noch was? In Nightingale verbirgt sich etwas. Muss ich mir in der Stadt genau mal angucken? Und das Lesen der Worte, dieser Worte, fühlt sich an wie eine Botschaft. Hier gibt es nichts mehr. Ich muss die gleiche Sonne so in die Stadt bringen. Aber, wir haben noch mehr Lunchboxen. Woher weiß die Person, dass ich stricke? Oder ist das Zufall? Sie weiß alles über dich. Vier. Hätte ich diese vier schon finden können? Wer weiß. Jetzt sagst du das doch. Das ist das, was ich? Das ist das, was ich? Ich glaube, es ist das, was ich. Ich glaube, es ist das, was ich. Ich bin alle. Ich bin alle. Die Texte sagt, wir finden mehr. Ich glaube. Aber was ist das? Was ist das? Sie sind die Verwaltung, um zu kreieren, um ihre eigene Geschichte zu machen? Was? Was? Entfernen ein paar Fantasie? Projektieren ihre... ...dezirer? Wir sind die Charaktere oder die Audience? Wir sind die Verwaltung? Ich auch. Ein bisschen, aber ich habe mich eigentlich nicht verloren, ich gehe nur andere Wege. Das ganze Mountain ist ein Volcano. Imagine the force it took to carve this crater out of the earth. Calderas are pretty rare, so be sure to take it in. So, essentially, we're standing in the gaping maw of hell. You got it. I used to love geology when I was in school. I helped Logan build a great baking soda volcano for her science fair. Feeding on a science fair? That's almost a crime, Anderson. I'm not gonna say no to quality time with a volcano. I mean, my daughter. Geologie in der Schule? Ich weiß nicht, dass es so was gibt, aber gut, es ist Amerika. Hey, you made it back. Good. I hope you didn't get stuck in any of those big puddles. Crazy flooding down there, huh? Just like I said. Ah, mich... Ich würde jetzt gerne wissen, ob es theoretisch noch Dinge gibt, die... Also, ob ich hier noch irgendwelche Sachen übersehen haben könnte. Weil ich jetzt... Weil jetzt hat sich plötzlich was über die Hexe auch erzählt. Dass ich jetzt erst erkunden dürfte. So nach dem Prinzip. Ich gehe mal davon aus meinen. Ich möchte die Hexe zurück in die Stadt für eine Ausbildung. ASAP. Well, sicher. Aber die Koraner wird nicht wieder zurück in die Stadt für eine Woche nach Deerfest. Nicht ein Problem. Ich werde das selbst machen. Oh, und die Sheriff Breaker hat gesagt, er hat die Booker's in der Stadt. Oh, und ich habe eine Key... ... zu der Gate. Es ist ein Schortcut zurück in die Parking-Lot, nur auf der Hexe. Vielen Dank. Schlüssel zur Abkürzung. Kann ich nochmal mit dir reden? Ja, okay. Ich gehe. Ich gehe. Ich habe genug Zeit hier vertrödelt. Ich habe genug Zeit hier verbracht. Sieht wie eine schöne Stadt so far. Mörder zu sein. Schöne Wälder. Schöne Lodge, die wir in die Stadt gelegt haben. Wir sollten einen Haufen gehen, wenn wir eine Chance bekommen. Jetzt bist du nur gemein, Anderson. Die Deputaten sind nicht genau auf die Aufgabe, aber hoffentlich wird der Sheriff mehr hilfreich sein. Nicht eine Überraschung über die Deputaten. Das stimmt. Ich meine, ist mal ganz ehrlich. Das ist ein kleines Dörfchen von vielleicht 2000 Einwohnern oder sowas. Was sind da Polizisten in solchen kleinen Dörfern gewohnt zu sehen? Da ist es schon ein großer Unterschied zwischen Polizisten aus Großstädten oder dem FBI und den von der anderen Seite. Ich werde etwas anschauen. Ich bin gleich zurück. Ich habe es geschafft. Ich habe es geschafft. Kein Eingang. Das hat mich noch nie abgehalten. Okay, das hat mich abgehalten. Jups. Wir sitzen alle im selben Boot, Held. Ich wünsche dir einen heldenhaften Tag. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Wir werden nichts vergessen. Ich werde versuchen, alles zu finden. Wir werden mal gucken, wie ich das mache. Ähm, ich hoffe, dass das so ein bisschen Open World mäßig ist. Dass ich schon noch irgendwie in einen Ort zurückkehren kann zur Not. Hier hin. Wenn ich jetzt merke, okay, ich habe noch was vergessen. Dass ich nicht alle Kapitel nochmal spielen muss. Wenn ich jetzt irgendwie eine von diesen Sachen übersehen habe. So? Was war das? Was war das? Ich hoffe, er ist der. Ich hoffe, er ist der. Ich möchte schon alles, wenigstens an Story-mäßigen Sachen mitnehmen. Alles, was irgendwie, weißt du, so... Es gab im ersten Teil auch so Dosen-Türme oder Dosen-Pyramiden, die man niederschießen konnte. Ja, mal ganz ehrlich, wenn ich die nicht alle gesammelt hätte. Oder die, ähm, Kaffee-Thermos-Becher. Ja, scheiß drauf. Ich muss aber mal an der Stelle, mal ganz kurz. Ich mache es in der nächsten Folge. Mache ich in der nächsten Folge meine Kritik. Ich habe Kritik. Am Spiele-Release habe ich Kritik. Okay. Ich musste mich ein bisschen umgucken, was das alles war. Ähm, dass das ja alles nur die... Also, ich meine, das sind... Ich werde es das nächste Mal ein bisschen mehr ausführen, aber das alles digital ist. Und keine physische Sache gibt. Und auch... Keine... Wo gehst du lang nach da oben? Dann gehen wir nach hier. Keine... Vernünftige... Collectors Edition oder... Ähm... Deluxe Edition oder irgendwie sowas. Nur mit digitaler Scheiße. Nur digitale Scheiße. Irgendwelche... Irgendwelche... Irgendwelche, ähm... Skins und... Und... Und alles so eine Kacke. Und wenn ich mir ganz ehrlich... Who cares? Und gerade dieses Spiel bietet sich so an... Eine vernünftige Collectors Edition rauszubringen. Hier wir sind. Vernünftig sein. Nun ja. Gut. Wir fahren zurück in die Stadt. Aber, meine Freunde, das werden wir erst beim nächsten Mal machen. Wir werden beim nächsten Mal hier starten und in die Stadt fahren. Ganzen. Und dort eine Leiche sie zieren. Habe ich das? Habe ich was gesehen? Ich weiß nicht, ob ich was gesehen habe. Da bin ich wieder. Und da bin ich wieder. Gut. Vielen Dank für's Zuschauen. Euer Kunicchen. Tschüschühhhhh. Hat dir das Video gefallen und du willst mehr sehen? Werde ein Abonninchen! Willst du schon eines? So lass doch eine Pfote nach oben da! Danke!